ja leute was geht willkommen zurück zu unravel 2 jetzt kapitel 3 frost perspektive in dem das richtige falsch ist und wir uns weigen das zu akzeptieren das kapitel 3 leute ja wie immer lassen daumen nach oben da teilt das video und die playlist ist es auf dem kanal aber da war ja nichts zum hochziehen wie zum teufel sollen wir jetzt doch kommt in den ersten paar sekunden wohnsprung schwingen habe ich das gefühl ich habe falschen knopf ja eigentlich kann sogar dort unten bleiben wenn du schwingen musst ja ja scheiße moment nochmals so auch scheiße blut lol nein 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 Alter, was macht meiner? Ah, du müsstest dich dort drüben? Ah, ok. Ja, das war zu weit, ne? Ich hab zu viel. Zu viel Faden. Das kann doch sein. Ja. Ja. Äh, musst du schieben? Ja, ich schieben. Woah, 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 hallo. Well, nah. Oh, der Typ ist wieder... Scheisse. Oh, nein. Die kennen wir von den letzten Folgen. Ja. Hasse ich. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist die falsche Perspektive, oder nicht? Ah, renn, renn, renn um dein Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Ton! Warum schiebe ich etwas? Ich schiebe ganz anders. Aber das war krass. Oh, okay, was sind wir jetzt hier gelandet? Hey! Ah! Achso, okay, du warte, ich werde uns ziehen. Das war doch nicht. Hä, wie? Aber wir sind in der Mitte drauf und dann... Oh ja, stimmt. Ohne dass man runter... Ja, und ich, wie mache ich das jetzt? Äh... Hä? Ah, was ist da? Was ist das für eine Scheisse? Nein, ich komme nicht auf. Hei, das ist ein Witz, geht ja gar nichts. Ich gehe gar nicht. Hä? Vielleicht kann ich nicht verschwingen. Nein! Verschwingen? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Nein! Ah, nein! Das muss ja irgendwie gehen. Moment, Heri, komm. Kann man nämlich sonst noch was schieben? Ich glaube nicht mehr. Uh, zu langer Faden. Man schafft, man schafft. Loll. Ja, man kann ja mal... Ey. Du musst eine Möglichkeit für eine Spielkarte finden von einem Funkenfragment herunter und dann ohne das was wieder hinauf zu kommen. Ei, was? Ich weiss keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich die Zeit verlangsamt. Fürch geht das. Habe ich schon. Wenn ich das mache. Ah ja. Ah. Und jetzt kann ich mit. Ah. 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 Bisschen. Okay. Mal gucken. Gucken. Bauen, ne? Das Gefühl. Hoch sein. Ich kann gar nicht hochkommen, wenn du noch einen gewonnen hast. Kannst du unsere Hand nicht finden. Was macht jetzt meiner? Ja. Du bist... Du bist... Nein, nein. Das ist gut. Herr Loll. Ah! Der verfolgt uns. Bitte, zum Teil bist du jetzt... Auf... Ah, doch. Nein. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Qua? Alter. Der verpackt mich auch wirklich. Das ist aber scheisse. Wenn der ein... Once erfolgt. Was ist denn? Das habe ich vergeben. Wir müssen dort auf den Ast. Ja. Theoretisch. Ja, nein. Das wird ähm... Junge. Was macht meiner halt jetzt? Geh doch da hoch. Ja. Du musst dich schwingen. Du musst dich schwingen. Oder ich... Perfekt. Komm hoch, komm hoch! Hä? Du musst vorne hoffen. Du kannst doch gar nicht durch den Ast. Ah ja. Loll. Ich habe ihn nicht gesehen. Da. Das ist schlimm. Lippen! Perfekt! Loll! Nein! Run, 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 run! Aha! Run, run, run! Oh, man kann ich nicht so schnell! Leck mich am Arsch! Was war's dann für mich an dieser Stelle? Alter! Ah, ihr nur jemals das machen! Schli-schli-schli! Was?! Ja, aber nein! Ich geh das sonst machen! Warkar, 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 der ist... Die sind mitgebot! Ah, das ist das für eine Scheisse! Das ist gerade, Mann! Die sind mitgekommen! Die sind mitgekommen! Shit, shit! Bruder! Lass uns in Frieden! Die sind mitgekommen! Ich würde es genau gleich aussehen! Ach, scheiße! Der kommt schon wieder! Was mach ich? Was macht der? Was macht der? Alter, das muss ich doppelt! Ach so! Wo bleibest du? Von oben kommt ein! Ja, ja! Was ist denn das für eine Scheisse?! Was ist denn das für eine Scheisse?! Was ist das für eine Scheisse?! Das ist das für eine Scheisse, Tiger! Jetzt musst du wieder dort hoch, um dass du dort kannst. Ja, das sage ich auch bei dem, was hier ist, Alter. Hey, aber du verfolgt mich ja, wie soll ich das machen? Das ist unmöglich. Oh, nein, Alter. Gut, 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 ja, ja, komm. Boah, leg! Ja, dann musst du kurz weg und ausweichen. Was kommst du mit mir? Ich mach das, wenn du mach das. Achtung bei dir. Boah, du war gar nicht dort. Ey. Ja, geil, und jetzt? Ja, perfekt. Du bist überrascht. Ja, mach das, bitte. Oh mein Gott, ich bin, 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 ich bin. Ah was, ich bin schon hier. Oh, komm, 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 komm. Ey, wo ich bin, man muss hier, ich bin, du bist, ich bin, ich bin. Alter! Was geht ab? Ich kann Brücken bauen. Ich glaube ja. Gut, ich schwinge mich nachher. Da rüber. Ja, ich komm. Ich hab ein Fond gelockt. Ja, und doch? Okay. Ich hab mich noch nicht. Oh mein Gott! Hä? Ich probier mal ob sonst weiter geht. Hä? Warte, 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 warte. Ich hab... ...einen Spieger hat und merkt er nicht, dass der andere sich bewegt. Der eine muss... Ah, dann um ein Loch. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Hä? Aber ich checke das nicht. Doch, du musst dich dorthin schwingen, dass ich auf dich kommt, dass ich auf die andere Seite kann. Aber ich muss zuerst auf die andere Seite. Ich weiß nicht, dass er nicht kurz nicht will. Ich glaub nicht kommt. Ich glaub nicht kommt. Ja, aber ich schwinge ihn! Bleib einfach dort! Aber kurz schwinge ihn, dass er auf dich aufmerksam wird. Ja, aber ich schwinge ihn, dass er auf dich aufmerksam wird. Komm, du Scheisshörer. Ja, komm komm, du Scheisshörer. Was?! Der und ich? Moment, Moment! Ah! Du musst dich glaub' jetzt... Nee, Moment! Lass mich kurz... Schauen... Sieht da auch... Einspielcharacke und andere sich bewegt... Ja, ich muss zwei Stellenfinder auch ablenken... Du kannst... Oh, das war's, das ist der Weg... Dann springen... Mit dem zweiten Characke durch losen Baumlenker ab und ab... Ja! Durch dieses Loch würdest du da durchspringen! Ja, oder du machst es so... Ah! Achso, fürs Ablenken! Ja, jetzt gut! Boah, leg mich am Arsch! Achtung, der kommt wieder! Es darf kein... Fehl! Fass... Sinn! Pfff... Komm, komm, komm... Ah, hä? Ah, da muss man schwingen dort... Ah, okay... Ah, okay! Ah, okay! Nein, okay! Ah, schnell! Ah, ne? Ah... Ah, das ist... Ah... Okay... Ah, die Schwingheide ist hier... Ah, ich mach's... Ah, du? Ah, ne? Du musst noch ein bisschen nach vorne laufen, ich komm gar nicht dran so, Mann. Scheiße. Ja, du hast. Hm. Ja, du hast. Ja, du hast. Hallo. Ja, du hast. 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 Du bist weit hinten. Ja, du hast. Ja, du hast. Das ist ein scheiß Stamm, Mann. Ey. Boah, dass das Bähn ist an diesem Game. Okay, mach ich mich. bereit warum aus dem dort dorthin komme ich jetzt okay jetzt müssen wir uns wieder schwingen soll ich nein ich glaube es nicht was macht meiner gut hast du mich fest mann komm jetzt das ist die behinderste stelle in diesem gegen mich Das hätt ich geschafft. Der kommt dann wahr. MAAAANNNNNNNNN Warum? Ey! Komm, friss mich. Was ist das für eine Scheisse, Mann? Was ist das für eine Scheisse? Okay. Okay, so dann. Komm. Endlich. Oh mein Gott. Endlich. Oh mein Gott. Alles nochmal machen müssten. Nein! Was? Was ist das? Ehrlich. Das ist das. Und die rechte. Run, run, run! Wir müssen zusammenrennen, sonst geht es gar nicht. Aber ich kann ja in dich rein. Komm, 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 komm! Komm! Was machst du jetzt? Jetzt komm doch in mich rein. Ich kann nicht weitergehen. Schön! Meine Fresse! Ach, komm, Mann! Was? Wie soll jetzt das gehen? Ah, doch! Der eine muss ihn da am Loch ablenken. Nein, nein, nein! Der ist denn da? Nein, nein, Moment! Aber man kann schwingen im Ofen. Ja ich komm, aber nicht dorthin. Ich kann hier nicht hin, denn der frisst mich gerade. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ey. Dieses Vieh. Bist du mich ver... Arschen. Ja, klar. Ja, klar. Was für eine Folge. Es ist für ein Kapitel, Alter. Wir haben es geschafft. Vorher in der Serie. Alter, nein. Das war eine der längsten Folge, Alter. Boah, fuck. Gut. Ah ja, noch weiter nach oben, oder was? What? Oh nein, da hat er gezeigt. Warum ist das Fenster auf? Ja, lol. Okay, Leute. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen nach oben. Was machst du? Keine Ahnung. Ja, daumen nach oben da. Lass einen Abo da. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.